willkommen mein namen ist an die europäer und ich begrüße euch zurück zu let's play super smash bross ultimate den story modus dessen namen mich schon wieder vergessen habe irgendwann mit licht sternen nicht irgendwas alles klar das erste war wir natürlich machen jetzt erstmal unseren kämpfer wechseln wir haben in der letzten folge nämlich mario als kämpfer freigeschaltet und ja stark große stadt und ja gucken wir uns ein bisschen besser ja anstellen wie geister oder irgendwie so hat das gar dann weiter wir müssen als nächstes gegen wächter kämpfen wo ist das muss sagen wir sind kaum zu unterbrechen austausch mehr schritt die kapitel 0 alles klar wir kommen wir mario ich kann jetzt einfach nur feuerbeis beim hoffentlich aber kämpfen rob riesen rob verdammt mit steuerung geändert und ich merke gerade das ist jetzt nicht so gut ja ich glaube die steuerung noch mal eine hat wie mal rechnen hat jetzt er wird es weniger vertauscht denn man kann ich gegen die nix machen ich könnte eigentlich mario benutzen um in seine dinge zu ändern sei seine dinge zurückzuwerfen weil ich bin statt ja ja komm mal hierhin ich glaube dann einfach drehe ich darum und perfekt weil er weicht hier jeden verdammten angriff aus und in die fresse geben wir das alles klar waffenresistenz waren durch nachempfangen wie schwer da oder peitschen es war mir verteidigt warum nicht ja ich muss mal direkt die steuerung ändern irgendwie ist das doch nicht so gut hier den zweiten schulterknopf hier greifen zu haben also ja machen wir steuerung ich kann doch hier ändern ja ja hier kommt schild hin ja kommt greifen nein nicht das ändern wenn wir ändern nix ja noch so richtig diesmal gut weiter spiel so schwer ich bin nicht der allerbeste smash boss kämpfer also ja nämlich ein kämpfer doch retten kannst du im moment nur einen alles klar bewohner schick okay von all den dreien hätte ich gerne mal jeder primär geister einen festen team angriff ob der angriff griff oder neutral aber zum beispiel ist im vortrag gegen angriff blablabla alles klar maus zu wird kommen ja den kampf und befreien kämpfer sie komme ich noch weniger klar als mit irgendjemand anderen also die farben sehen so bunt aus hatte ich darum wie konnte ich kann jetzt auf auf plan wie wie ich will 9 es hat jetzt haben wir noch leben nein daneben weiß diese eine balken unter den namen auf kämpft nur mit weil sie da eine balken unter den namen der charaktere im kampf verstehe ich bin ich erfüllt sich irgendwie lernen wir in helfen dem abenteuer morgens auf das menu und anschließend den wissens warum dort kannst du dir damit nützliche fähigkeiten sichern okay cool die heute sieht aus wie als fero brett aus feiner fans die zähne so gerne nehme ich meinen verschwinden nicht dadurch schick oder bewohner haben will aber wird wissens warum dann zeig mal verstärkt einen starken gange vielleicht vielleicht einen standard angriff vielleicht vielleicht habe ich denn ich kann die ober ich kann so ein bisschen von meinen obersten rechten bildschirm irgendwie nicht sehen wer bildschirm ist abgehakt ist man wollen wir denn der standard angriff leicht steckt einen starken und vielleicht kommt er lernt ein oder aus ja natürlich ein schlechtes schild haltbarkeit da kann man ja mal holen wenn man noch ein bisschen mit mario wir kämpfen gegen selda und ich weiß nicht wer ist damit ist sonst vielleicht immer so kommentieren wie die charaktere kenne oder nicht ja so als wäre wie aus dem rollenspiel das ding ist richter von dasselvania man denkt hey die spämpfer nur schwierig auch selda macht die da hat jetzt gerade selber gekillt mal her feuer feuer noch mehr feuer überall feuer aber kein feuer mehr ist das neue feuer das war aber einfach selber magie angriffe plus aber es ist ja echt für jeden charakter irgendwie hier eine kombination irgendwie aussuchen das erste ganze karte darum kann ich noch gar nicht hin oder schnell ich glaube rohr denn 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 ok rain oder don bongo haben wir noch mit mario hälfte des parts kann man ja mal zum haf wechseln ja ich glaube ich muss echt den bildschirm bisschen um ändern aber ich kann auch nicht irgendwie leiste die lebens die leben sehen wie viele leben noch übrig sind wir gehen kämpfer aua daneben dann gibt es doch noch mal machen mehr schnuppern meiner blume schnuppern warum schnupperst du er nicht blumen ja ich frage setzen ich habe eine andere idee ich hätte ich die blume auf ihn werfen soll ich habe dann wieder ja auch vergiftet ist das hey was da wo man damit aus den augen das ist gut gegen große gegner soll ich löschen aber er hat mich getroffen ja dieser besser vielleicht sollte ich nicht auf schwer anfangen hey du frisst das ja kommen zu nahe und ruhig zu nah gut ja ich bin noch nicht blöde mal juli mal mal ich komme mit dem nicht klar hatte die spunteer als mario das war da nicht direkt geschlagen tricks und tipps und so sind natürlich sehr willkommen warum besitzt du nicht ding sein lieber hier diese kleinen mensch angriff einsetzen uns geht aber noch gar nicht hat irgendwann wird schon treffen nein aber ich lebe noch jetzt nicht mehr diesen fetten tippen nicht aus dem ring nein ich bin nicht aus dem ring gibt es doch nicht da kommen du dicks dinge ich kann immer noch irgendwie woanders wechseln gibt es zwei wege so komm her ich hab dich ich habe zurück nein jetzt aber weg mit der so einfach geht es alter vorher angreife plus hat könnte eigentlich nicht schlecht werden jeden fall zum mario aber ich will mal zum auf wechseln gott weiter geht's wo ich jetzt sagen gehe ich jetzt sagt dein oder dich nach oben weil ich sagt hier irgendwie der schwierigere path rainer sieht aus dass wir irgendwie wieder aus dem rollen spielen wir kämpfen gegen rio dann habe ich mal irgendetwas anderes noch den objahr damit bräuchte nicht so item magnet das ist jetzt nicht so interessant finde ich auch der ich kann da nur eine ist klar ich kann nur eins dann irgendwie auswählen wir haben hier noch hallo feuerangrüpfe wo er wechseln er jetzt also so wie dazu ok sollte man vielleicht auch mal machen die farben ja ausrüsten ja wie ich immer nehme nachteile der geistige kampf trotzdem bestreiten und soll es die pressung ist aber langsamer aus der ostmärtschaft zeit wie ein schwert was ein schwert mitgebracht ich dachte du kannst mit dem fäusten aua ok da sie mal mal wer der bessere schwert kämpfer ist ne rio blöder rio denkt der kammer dreist mit dem schwert er kämpft mit dem fäusten hallo ein guter faust kämpfer ist ja nicht dass sie auch mit dem schwert was reißen kann es hallo da hat denn ja wie sieht es mir mit aus nicht gut kriegt sehr wenig an kampf anschein los geht's und dieser knoß war kämpfen gegen dieser knoß stimmt die sind ja auch wieder da alle sind hier ja das thema dieses spiels everyone ist hier auch gott konter macht ihr da also wir sind aber auch genommen spam die computer oder will ich mir ein also könnte man auch andere angefangen setzen nom nom ich würde jetzt immer mehrmals drücken er funktioniert also auch einige sind ja richtig nervig ausgelegt gut glänz kroll tempo so weiter meinen hier obst und kami koopa gekämpft gegen bayonetta klar warum nicht noch nie gegen die gekämpft oder mit der gespielt irgendwie ich hab die zwar auch gehabt als download dingen aber die nähe wirklich benutzt oder irgendeinen anderen der die jetzt die charaktere und ich bin was hat denn eine ernste musik neue level ich habe das neue leute kommt mir bekannt vor das habe ich dachte ich war da unten was hat magie angriffe hoch haben wir die ganzen geister random sind oder wie alle irgendwie geskript sind was haben wir eine riesige auswahl hier ist da los und das ein kämpfer und da haben wir haben da haben da haben wir haben da haben da haben da haben wir da haben wir da fast richtung was macht da ist auch einer wir sind direkt zwei jahren meisten der immer noch so warum ist robin dahin ich verstehe nicht er ist nur ein super spaß so aber ohne slava hat natürlich der gegner ist dagegen nicht lasst mich raten ich krieg voll auf die presse ist klar wenn wir haben schon genug feuer lady du sieg sagt mir jetzt nichts läuft sogar da rein das noch im leben schwert schwert tötet dingens pistole schon hinkommen ich kann mich nicht wirklich hier bewegen aber ich lebe immer noch das hat nein warum schon da war so was von einseitig am anfang fand ich kann ich konnte ein feuer kommen konnte ein feuer kommen finde wir haben schon genug feuer ich bescheuert hat der boden klar weise so nein waren die items kann ja auch nicht reichen ich konnte ein feuer noch mal waffen dreieck mit waffen dreieck von feiern blämmer hat ja nichts magie und schwer zu tun so eine halte sich als ich muss schon sagen ich habe doch schon viel mehr abgezogen noch eine zeit die sich noch mehr nein ich habe die roge man egal gepost hallo ich bin noch am leben auf mich nämlich gefälligst ernst nein 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 oder so eine blöde arena hier gerade ich pech hier mit den sachen ich auch nicht auswählt mehr hoch alter nein nein wollte ich mal clever sein und die irgendwie töten bevor sie wieder rein kommt seht ihr was passiert aber da kann ich nicht smash angriffe benutzen verstehen ich will mit dem rechten stick irgendwie kleines menschen dafür machen wie macht man nicht mal gucken nach aufnahme wenn du nur auch schaden nehmen müssen wird viel einfacher nein 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 schon wieder noch sperato ja konnte mit diesem item nein nein ich hab die auch noch und her ich dachte ich hätte sie haben gehabt dass man stuhl der schreibt um hilfe wenn ich auf den sitze aber ja nein blöde arena ja gott ist die bombe die trifft mich immer aber ich triff die nicht ich bin schon wieder eingefallen mann ich schaffe das nicht so dass ein voll die einfache strategie und gegner zu erledigen aber ich krieg das nicht hin dieses außerhalb der stage irgendwie jemanden zu erledigen ich hoffe das nicht dann ziehe mal so einfach aus wenn ich nach den videos sehe ich krieg nicht hin oder ist auch eine blöde stage ich kann mich hier nirgendwo bewegen also wie alter gibt es doch einfach nicht ja jetzt hat die mich jetzt schon kaputt ich bin da nicht hin so so blöd dafür das hat die mich schon wieder kaputt wenn dann gibt es noch nicht man fragst du jetzt mal endlich ich ja ja oh come man ja 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 ich krieg dazu nicht hin da gibt es da nicht ich komme ja nicht weiter mit anderen kampf suchen wahrscheinlich nicht gut genug bin mir für letzter versuch wenn ich klappt dann wenn ich den part und geben ist ein paar wanders hin wo ehrlich nein ich wollte nicht hat und er ist so bescheuert diese löwe da gibt es einfach nicht ich habe da gekonnt hat man ja max feuer komme ja ich gebe dir auch feuer aber du willst mich jetzt hier haben nehmen was weg vor allem immer wenn ich da angriff werde drückt ich eigentlich auch angriff irgendwie haben die gegnerin die priorität habe gesagt für egal versuch mal nächstes mal einen anderen kampf weil hier bin ich so schlecht für gut wir sagen ich bin die part hier ich hoffe euch hat gefallen wenn ja dann bitte das doch mal ein like ein kommentar oder ein abo das wäre richtig nett von euch und dann sehen wir alles was tot theorems bis basketball Betsy